Okay, das Stück habt ihr erkannt. Brauchen wir nicht erklären. Ich finde es immer faszinierend, dass Vareys Ionisation, das ist von 1930, kann man sich das vorstellen. Eines der ersten Stücke für Schlagzeugensemble war das. Und weil wir ja Schlagzeuger sind, eins der Stücke, die man natürlich als Schlagzeuger unbedingt gespielt haben muss, von Frank Zappa ist... Black Page! Genau, Black Page. Wir haben auch schon gesehen, hier vorne hängt es auch schon an der... sind hier die Noten drauf gemalt. Der Johannes, hier am Marimba, der hat einen Fehler entdeckt. Und zwar, das zeigen wir euch jetzt mal. Also spiel mal bitte so, wie es da steht, also wie es falsch da steht. Und jetzt mal bitte, wie es richtig ist. Genau, genau. Genau, also... Also es ist Fis statt Gis, genau, richtig. Und jetzt ist frucht, wenn wir jetzt... Vielen Dank! Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018